Familie Baumgartner hat das Hotel Belvedere 1999 aus einem Konkurs übernommen. Dies war der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte mit kontinuierlichem und nachhaltigem Wachstum. Heute gehören zur Belvedere Schuhrl AG das 4-Sterne-Superior-Hotel Belvedere, das 4-Sterne-Romantik- und Boutique-Hotel Guardaval und das 3-Sterne-Superior-Badehotel Belver. Alle Häuser sind mit einer Passerelle untereinander sowie mit dem Engadin-Bad Schuhrl verbunden. Dank den kontinuierlich hohen Investitionen, zum größten Teil aus dem eigenen Cashflow getätigt, sind alle Häuser auf einem vorbildlichen Stand. Sie gehören zu den Top-Adressen in Engadin. Die Hotelgruppe ist zu 100% im Familienbesitz und beschäftigt 150 Mitarbeitende. Bei einer Auslastung von 75% werden pro Jahr gut 80.000 Logiernächte generiert. Die Belvedere Schuhrl AG nimmt am Energiesparprogramm der Energieagentur der Wirtschaft ENAW teil und hat sich zur CO2-Reduktion verpflichtet. So wurde zum Beispiel das neue Personalhaus Gaza-Soulay nach Minergie A Standard gebaut. Für die Familie Baumgartner steht der Gast im Zentrum. Ziel ist es, die Erwartungen jedes Gastes durch hervorragende, aber unaufdringliche Produkt- und Servicequalität mit viel Liebe zum Detail zu übertreffen.